Musik Manchmal könnte man im Alltag resignieren und den guten Willen aufgeben. Da ist man bemüht, sich für das Gute einzusetzen und schon stößt die Hilfsbereitschaft auf Ablehnung. Oder wir machen uns angreifbar durch ein offenes und ehrliches Herz und werden dann letztlich doch ausgenutzt. Das kann schon frustrieren und den Mut sinken lassen. Eine große Persönlichkeit von kleiner Gestalt hat jedoch ermutigende Worte gesagt. Es sind Impulse für unser alltägliches Leben, die nicht nur nachdenklich machen, sondern antreiben, Kraft geben und Beharrlichkeit verleihen. Ich will diese Worte jetzt zitieren und am Ende werden Sie erfahren, welche Person allen Widernissen zum Trotz so gesprochen hat. Die Menschen sind unvernünftig, irrational und egoistisch. Liebe diese Menschen trotzdem. Wenn du Gutes tust, werden dich die Menschen beschuldigen, dabei selbstsüchtige Hintergedanken zu haben. Tu trotzdem Gutes. Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und wahre Feinde. Sei trotzdem erfolgreich. Das Gute, das du heute getan hast, wird morgen schon vergessen sein. Tu trotzdem Gutes. Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar. Sei trotzdem ehrlich und offen. Die Menschen bemitleiden Verlierer, doch sie folgen nur den Gewinnern. Kämpfe trotzdem für ein Paar von den Verlierern. Woran du Jahre gebaut hast, das mag über Nacht zerstört werden. Baue trotzdem weiter. Die Menschen brauchen wirklich Hilfe, doch es kann sein, dass sie dich angreifen, wenn du ihnen hilfst. Hilf diesen Menschen trotzdem. Gib der Welt das Beste, was du hast, und du wirst zum Dank dafür einen Tritt erhalten. Gib der Welt trotzdem das Beste. Letztendlich ist dann alles eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Sowieso war es nie eine Angelegenheit zwischen dir und anderen. von der Welt. Untertitelung des ZDF, 2020